Das PowerSpeed 59 Programm. Überragende Waschleistung bei 5 kg Baumwollwäsche. Mit dem neuen PowerSpeed-System werden Wasser und Waschmittel optimal genutzt und die Wäsche wird maximal durchfeuchtet. Dieses Programm wäscht Baumwolle in weniger als einer Stunde. Perfekt sauber. Durch die Tunnelbildung kommt die eingesprühte Waschlauge auch an die hintersten Kleidungsstücke. PowerSpeed 59. Innovationen von Siemens. Siemens. Die Zukunft zieht ein.